ja hallo und herzlich willkommen zurück hier bei frachtzwerg on tour im american drugs simulator ja es heißt kohle machen kohle machen kohle machen kohle machen des der halb und des der weben suchen wir uns jetzt auch einen schönen auftrag von san francisco nach 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 keine ahnung auf jeden fall mal schön weiß was aber denn hier warst du da waren wir noch nicht sechs acht acht sieben autos nämlich das gerade richtig gesehen habe könnte es sogar sein dass wir das zeug direkt hier wieder abholen können jo na dann auf wie geht's wenn ich fertig gebremst habe wird es grün ist natürlich klar da los du fahr zu hier ich dachte gerade schon aber hier ist jetzt kommigerweise wieder 35 irgendwann auch 30 also ich habe keine ahnung wie diese komischen geschwindigkeitsbegrenzung hier zustande kommen so schnell bin ich trotzdem schon wieder ach schön guten tag her polizist das logo ist immer noch verpixelt naja aber was soll's schock ich dachte gerade was rappelt denn da so gleise von den cable cars gleise von den cable cars und ab auf die brücke mal gucken ob wir die 55 erreichen ich glaub's fast nicht gut gut 55 ich bin begeistert ich bin begeistert mal gucken man hat nicht gehört man hat nicht gehört Untertitelung des ZDF, 2020 So und runter vom Highway und dann mal schauen, wo es weiter hingeht hier. So und runter vom Highway und dann mal schauen, wo es weitergeht. Schippern wir halt mal ein paar Otto-Sushi-Gegend hier. So und runter vom Highway und dann mal schauen, wo es weitergeht. Wenn ich das richtig sehe, geht es auch gleich schon wieder auf den nächsten Highway drauf hier. Immer noch 55 mal pro Stunde, mehr dürfen wir nicht, also Tempomat, Entschuldigung, und rollen lassen. Irgendwo ist doch hier gerade schon wieder was kaputt. Oh! Wüsste ich doch, da da irgendwo wieder was fehlt. So, Fahrzeit 6 Stunden. Oh, das könnte ja sogar hinhauen. Wow, ich bin ja echt begeistert. 6,39. Ja, das könnte sogar passen. Naja, abwarten. Ah, hier rundherum irgendwie alles auch noch ziemlich unentdecktes Land. Und... ... 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 Du, 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 du. Ja, aber Polizei ist genug unterwegs hier, super. Und immer nur geradeaus, wie man es so von Amerika kennt. Und immer nur geradeaus, wie man es so von Amerika kennt. Oh, was ist denn da los? Unfall? Ja. Ja. Ah, na endlich. Endlich wieder runter vom Highway und mal wieder ein bisschen was tun hier. Ja. 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 Hmm, Burger. Aber ne, hatte ich eben erst. Ah, herzlich willkommen in Bakersfield. Hier fahren wir aber nur durch, denn es geht weiter nach Bastow. Ja klar. Ja klar. Ja klar. Hättest du nicht zwei Sekunden früher auf grün schalten können? Ja, meine lieben Freunde, aber das war es auch schon wieder für den Teil hier. Wie es weitergeht bei Frachtzwerg on Tour im American Truck Simulator. Auf unserer Tour nach Barstow. Das seht ihr dann in der nächsten Folge. Also macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.